Gibt es schon Nöcke wie gestern? Nein. Wir sind alle weg, weil Sonnenwetter verziehen ist. Das war noch was für. Seit gestern heute Morgen habe ich noch zwei gesehen, als es noch etwas kühler gewesen ist. Bei einer ist Kimi leider heute Morgen gekriegt. Da unten. Ich bin hier schon mal spazieren gegangen mit Rita, Kimi und Blade. Ja? Ja. Ich bin hier auch spazieren gegangen. Wasser bitte. So gehen die Gatschus, die Gatschus gehen. So gehen die Gatschus. Woche Stunden. Gerig. So gehen sie dir amfer und holen die Gatschus. Ich bin hier wirklich Piloten. Was zehntest du? Mais! Ah, jetzt weißt du, ich wollte gar nicht sagen! Pfff! Dann brauchst du Gemüse, Spinnard!